Es war der Tag, an dem meine Kinder geboren wurden. Jedes Spiel, das ich verloren habe. Weil ich mich hier sehr wohl fühle und meine zweite Heimat geworden ist. War früher Ribéry, mittlerweile ist es Dani Caracal von Real Madrid. Russische Küche. Kirschorle. Meine Leidenschaft auf dem Platz. Mein Tor an der Europa League. Wahrscheinlich irgendwas im Büro oder so. Kommen hoffentlich viele meiner Freunde und es wird ein toller Tag. Nach meiner Karriere genieße ich die Freizeit. Freue ich mich, denn dann haben wir meistens ein Tor geschossen. Erfolg. Ich bin ein Tor. Ich bin ein Tor. Eben, dann bin ich mountains sehen. Ich bin mal ein Tor. Das hat mein Tor. Ich bin kein Tor.